Der Kanutaurus in Jurassic Park ist mit Abstand das furchteinflößendste Tier, der furchteinflößendste Dinosaurier von allen. Jetzt werdet ihr euch eventuell fragen, Moment, meinst du jetzt hier den Kanutaurus, den wir aus den Filmen kennen, denn der hat ja eigentlich gar nicht so viel Screentime gehabt. Und ja, da muss ich dir vollkommen recht geben, denn ich rede hier von dem Kanutaurus aus dem zweiten Buch, das ist jetzt hier das erste, das zweite habe ich aktuell nicht da, aber der Kanutaurus aus The Lost World Jurassic Park 2, dem Roman, ist noch einmal eine ganz andere Nummer als der, den wir in den Filmen kennengelernt haben. In diesem Video jetzt hier quatschen wir genau über diesen Kanutaurus, über die Hintergrundgeschichte dieses furchteinflößenden Dinosauriers und eben auch über die Tatsache, warum dieser Dino tatsächlich einen Weg in die Filme hätte finden sollen. Zumindest meiner Meinung nach, auf deine bin ich am Ende des Videos gespannt. Legen wir los. So ihr Lieben, in diesem Video erkläre ich euch jetzt alles, was ihr über den Kanutaurus aus dem Roman The Lost World Jurassic Park von Michael Crichton wissen müsst. Und ja, glaubt mir wirklich, dieser Dinosaurier, der hat's unfassbar in sich, also ihr werdet jetzt hier ein Dinosaurier präsentiert bekommen, wo ich sehr auf eure Meinung gespannt bin, was ihr am Ende des Videos dazu sagt, ob ihr das Tier genauso wie ich sehr gerne mal in einem Film umgesetzt sehen würdet. Hierbei sollten wir vielleicht aber noch die ein oder andere Regel festlegen, beziehungsweise im Hinterkopf behalten, dass es sich bei diesem Video hier um den Jurassic Park Buchkanon handelt. Und der Buchkanon unterscheidet sich signifikant von aktuellen wissenschaftlichen Forschung und eben auch vom Filmkanon selbst. Demnach können oder werden Angaben wie Maße des Tieres von denen der aktuellen wissenschaftlichen Forschung abweichen. Ich werde immer wieder versuchen, das zwar auch anzumerken, allerdings könnt ihr euch einfach immer im Hinterkopf behalten. Es geht jetzt hierbei wirklich nur um den Roman Kanon von Michael Crichton, in welchen wir mit einbeziehen müssen Jurassic Park, also den allerersten Roman, und eben The Lost World Jurassic Park 2. Kanotaurus bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie fleischfressender Bulle. Im Roman selber gilt er als kleiner, fleischfressender Dinosaurier, welcher auf der Isla Sorna lebte und sich durch seine, naja, hochentwickelte Tarnung auszeichnete. Quasi auch das Markenzeichen, auf das wir jetzt hier in dem Video noch einmal sehr häufig zu sprechen kommen. Im Buch The Lost World Jurassic Park wurde das Tier übrigens zum allerersten Mal vorgestellt. Das heißt ja, in der Welt der Bücher, in der Roman Jurassic Park Welt, war das tatsächlich auch eines dieser Tiere, welches im allerersten Jurassic Park noch nicht aktiv war, beziehungsweise auch noch nicht in dieser Art vorhanden gewesen ist. Schauen wir uns nämlich einfach mal die Liste aller 15 Arten aus dem allerersten Roman an. Da können wir sehen, dass der Kanotaurus hier eben einfach fehlt. Das heißt ja, entweder wäre er noch im Nachhinein hinzugefügt worden, wenn das Tier dann irgendwann denn auf die Isla Nubla hätte transportiert werden sollen, oder der Kanotaurus in dieser Form ist möglicherweise auch einfach ein geheimes Experiment gewesen. Darauf gehen wir aber auch gleich mal noch ein bisschen näher ein. Der sogenannte Inden-Kanotaurus war kleiner als ihre realen Gegenstücke, also zumindest kleiner als der Kanotaurus laut aktueller Forschung wirklich gewesen ist. Beschrieben ist das Tier im Roman als sieben Fuß hoch, also so ungefähr zwei Meter. In der Realität sollen sie tatsächlich um die zehn Fuß und damit circa drei Meter hoch und zwanzig Fuß, also neun Meter lang gewesen sein. Wie gesagt, in der Romanvariante ist dieses Tier generell ein bisschen kleiner dargestellt worden. Ihr Aussehen ähnelt laut Beschreibung im Buch dem eines kleinen T-Rex mit einer bulldoggenartigen Schnauze, knöchernden Ausstülpungen über den Augen und stämmigen Hinterbeinen. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, irgendwie muss ich bei dieser Beschreibung an so einen T-Rex denken, der mit Anlauf gegen einen fahrenden Bus gelaufen ist. Aber ich meine, hey, wenn wir uns den Kanotaurus vom reinen Design her mal in der Jurassic World Trilogie anschauen, dann passt das im Endeffekt auch schon mit dazu. Nur dass das Tier ebenfalls in den Jurassic World Filmen, naja, akkurat größer ist als jetzt hier im Buch. Der Kanotaurus im Buch verfügt über eine sehr hochentwickelte Form der Tarnung, die weit über die aller anderen Tiere hinausgeht. Ja, tatsächlich auch weit über die der Tiere, also der Oktopoden, welche unter anderem ja auch dem Indominus Rex die Tarnungsfähigkeit gegeben haben. Und ja, ich habe eben gerade noch gesagt, der Buchkanon und der Filmkanon, das sind zwei komplett unterschiedliche Timelines und das ist natürlich auch richtig so. Allerdings ist es hierbei sehr interessant mal darauf einzugehen, dass wenn der Indominus Rex tatsächlich seine Tarnungsfähigkeit von einem Oktopus erhalten hat und im Buch beschrieben wird, dass der Kanotaurus eine noch viel, viel heftigere Tarnungsfähigkeit hat als die jedes bekannten Tieres, dann können wir davon ausgehen, dass der Kanotaurus tatsächlich noch eine wesentlich stärkere oder wesentlich effizientere Fähigkeit der Tarnung an Tag gelegt hat, als der Indominus Rex in den Filmen. Was schon wirklich krass ist, weil den Indominus Rex, ich weiß nicht wie es euch dabei geht, aber in der einen Szene im Film, wo er sich tarnt, da sieht man ihn einfach wirklich nicht, also auch wenn man drauf achtet, nicht wirklich. Das heißt, der Kanotaurus müsste im Vergleich dazu ja wirklich komplett unsichtbar gewesen sein. Aber der Vergleich hinkt auch ein bisschen, wie gesagt, wir haben hier zwei verschiedene Timelines, über die wir gerade sprechen. Im Buch wird übrigens auch nie wirklich erklärt, ob diese Fähigkeit der Tarnung ein natürliches Merkmal des Dinosauriers sein soll oder ob es sich hierbei um ein, naja, um ein Produkt genetischer Manipulation handelt. Da es zur damaligen Zeit allerdings keine wirklichen wissenschaftlichen Theorien einer solchen Fähigkeit in Bezug eines Kanotaurus gegeben hat, da liegt es dann doch recht nah, dass Michael Crichton im zweiten Buch einfach etwas umsetzt, was er bereits im ersten Buch erwähnt hat, nämlich die biologische Zellmanipulation von Tieren. Im ersten Buch wird da von Fischen und von Säugetieren gesprochen, die man zum Beispiel auch zum Leuchten bringen kann. Das könnte also eine Referenz an das allererste Buch sein, aber wie gesagt, es wird hier nicht wirklich erklärt, ob das eine natürliche Form der Tarnung ist, ähnlich eben auch wie beim Oktopus, oder ob ihm diese Fähigkeit erst hinzugefügt wurde. Durch die Veränderung der Farben der einzelnen Schuppen konnte der Kanotaurus komplexe Muster seiner Umgebung in einem solchen Ausmaß nachbilden, dass es nahezu unmöglich war, das Tier auch nur ansatzweise zu beobachten. Selbst bei Tark konnte dieser Dinosaurier in der Dschungelumgebung der Insel nahezu komplett verschwinden. Dazu kommt auch noch, dass die Kanotaurus in dieser Variante, also in der Buchvariante, nachtaktive Jäger gewesen sind. Und der Grund dafür ist eigentlich relativ plausibel, nämlich die Tarnung, die wie gesagt auch schon bei Tark wirklich sehr effizient gewesen ist. Die waren natürlich in der Nacht noch einmal perfektioniert. Dank dieser Fähigkeit waren sie erfahrene Jäger und äußerst erfolgreiche Raubtiere, die aus dem Hinterhalt angriffen. Das ist gerade bei den Kanotaurus hier in dem Buch auch sehr wichtig, da hier ebenfalls beschrieben wird, dass sie zu Fuß von der reinen Geschwindigkeit her zu langsam waren, um Beute zu jagen. Nun könnte man sich dieses seltsame Auftreten dieser Tarnungsfähigkeit beim Kanotaurus ebenfalls so erklären, dass sie aus reiner Evolution diese Fähigkeit entwickeln mussten, damit sie eben nicht aussterben, weil sie zu Fuß keine Beute machen konnten. Das gibt es auch in der realen Natur, dass sich Tiere immer wieder anpassen. Und aus diesem Grund könnten die Tiere hier diese Jagdfähigkeit entwickelt haben. Und naja, jetzt haben wir eben zwei Theorien. Zum einen könnte das wirklich einfach ein natürlicher Effekt gewesen sein, ganz nach dem Motto, das Leben findet einen Weg, finde ich eine ganz schöne Sache. Man könnte allerdings auch sagen, dass Michael Crichton bereits im ersten Roman darauf eingegangen ist, dass man hier auch Zellmutation oder Zellmodifikation an Dinosauriern vorgenommen hat. Was davon wahr ist, bleibt erstmal im Schatten, das wird im Buch selber nicht aufgelöst. Die Kanotaurus im Roman The Lost World errichten sich ihr Territorium in der Umgebung der Ingen-Labors und des Arbeiterdorfes. Das sehen wir zum Beispiel auch im Film The Lost World Jurassic Park, in der Szene, in welcher Ian, Malcolm und Co. von den Velociraptoren angegriffen werden. Da sehen wir auch so Tankstellen rumstehen und das sind dann quasi die Arbeiterdörfer, welche logischerweise auch sehr sinnvoll gewesen sind, denn die Arbeiter, die an diesem gesamten Isla-Sorna-Konstrukt arbeiteten, die konnten ja nicht einfach nach ihrer Arbeitsschicht wieder nach Hause fahren, weil, naja, sie eben nicht auf dem Festland geblieben sind. Deswegen wurden hier bestimmte Arbeitsdörfer geschaffen. Das wird im Buch wesentlich besser erklärt, als jetzt irgendwie in den Filmen. Da wird das ja nur angedeutet. Im Buch erfahren wir dann wirklich, was es damit auf sich hat. Es wurde ebenfalls beobachtet, dass sowohl die Velociraptoren als auch die Tyrannosaurier in der Nähe des Revieres der Kanotaurus äußerst zögerlich und sehr verhalten gewesen sind. Laut Roman waren die Kanotaurus nämlich in der Nacht die spitzen Predatoren in diesem Gebiet. Ja, hier ist ganz klar auch beschrieben in der Nacht. Denn tagsüber verloren andere große Raubjäger, wie zum Beispiel jetzt der T-Rex, in Anführungszeichen die Angst vor dem Gebiet der Kanotaurus, da man sie so wenigstens einigermaßen wahrnehmen konnte. In der Nacht allerdings war das ihr Gebiet. Und das zeugt auch schon von der Gefährlichkeit dieser Dinosaurier-Variante, wenn sogar der Tyrannosaurus-Rex oder ebenfalls die sehr schlauen Velociraptoren, wenn die sogar tagsüber das Gebiet, soweit sie konnten, gemieden haben und sich dann nachts natürlich niemand dort hineingetraut hat, weil man dann eben hier quasi einen Switch der Alpha-Predatoren bekommen hat, quasi vom T-Rex, der noch am Tag jetzt hier die Spitze der Dinosaurier-Evolution gewesen ist, wurde das Ganze bei Nacht umgetreten. Auf einmal waren es die Kanotaurus, ebenfalls aufgrund ihrer Tarnungsfähigkeit. Im Roman werden die Kanotaurus das allererste Mal relevant, als Dr. Levine zum ersten Mal auf der Isla Sorna ist. Dort wird er zusammen mit seinem Inselführer von gleich zwei Stück von diesen Tieren überfallen. Diego, also der Inselführer, wird von einem Kanotaurus in das umliegende Fahnen gezerrt und umgehend getötet, währendhingegen Levine, naja, der hat ein bisschen mehr Glück, er schafft es zwar zu entkommen, allerdings reißt der andere Kanotaurus ihm den Rucksack vom Rücken. Im späteren Verlauf der Geschichte treffen dann auch Ian Malcolm, Sarah und Kelly, gemeinsam mit noch ein paar anderen Figuren dieser Gruppe, die wir aus den Filmen ebenfalls nicht kennen. Das würde jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen, auf die alle auch noch einzugehen. Aber auf jeden Fall treffen die dann noch einmal in einem Schuppen im Arbeiterdorf der Sorna auf genau diese Kanotaurus. Besonders cool ist hier das Auftreten der Tiere, zumindest das Entdecken der Tiere, wie es hier beschrieben wird. Denn auch hier sind sie zuallererst unsichtbar. Und ich meine, es war sogar Dr. Levine gewesen, der irgendwann merkt, dass ein Atmen oder ein leichtes Grummeln zu hören war. Das heißt, wir hören diese Tiere, wir sehen sie aber noch nicht. Und hierbei muss ich euch einfach auf das Video vom lieben Ali Avada hinweisen, denn der hat nämlich ein unfassbar geniales Video über genau diesen Kanotaurus gemacht, beziehungsweise über diese Kanotaurus-Variante, in welcher wir eine ähnliche Situation sehen, eine Lagerhalle, ein unsichtbarer Kanotaurus. Und ich habe euch das Video mal oben links in der Ecke verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Da könnt ihr das Ganze so gut es aktuell wirklich geht visualisiert bekommen. Und ja, das ist schon ziemlich cool gemacht. Übrigens habe ich auch auf meinem Reaction-Kanal auf genau das Video von Ali reagiert. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Generell auch, wenn ihr Lust auf noch mehr Dinosaurier-Jurassic-Content habt, die es eben nicht hier auf dem Kanal schafft, dann schaut auch gerne mal bei anderen Kaijuverse-Reactions vorbei. Der Kanal ist ebenfalls oben in der Ecke verlinkt, beziehungsweise auch unten in der Beschreibung verlinkt. Würde mich sehr freuen. Um die Tiere jetzt aber ausmachen zu können, mussten sich Sarah Harding und Dr. Levine etwas einfallen lassen. Denn, naja, die Kanotaurus sind zwar unsichtbar, trotz allem sind sie ja physisch immer noch anwesend. Und dann kamen sie auf eine sehr geniale Idee. Sie haben die Kanotaurus mit einer Taschenlampe geblendet. Das heißt, sie haben mit Taschenlampen durch den gesamten Schuppen hindurch geleuchtet. Und es wird beschrieben, dass sobald dieses Licht auf die Zellen oder auf die Schuppen der Kanotaurus kommen, dann beginnen die dann plötzlich reflexartig damit ihre Muster zu ändern und eben der neuen Umgebung, also eben dem Licht anzupassen. Und deswegen haben sie helle Silhouetten gebildet. Finde ich eine sehr, sehr clevere Art, um das ganze Thema dann irgendwie auch zu lösen. Im Laufe der Geschichte verschwinden dann die Kanotaurus aber kurz nach diesem Angriff hier im Schuppen und werden dann auch im gesamten Roman nicht mehr wiedergesehen. Das heißt, im Roman-Kanon ist der aktuelle Stand dieser Tiere komplett ungewiss. Ja, ich denke mal, ihr habt es mitbekommen, dass der Kanotaurus, so wie er in The Lost World Jurassic Park 2 dargestellt wurde, dass da sehr viele Einflüsse von in den Indominus Rex aus Jurassic World aus dem Jahr 2015 hineingeflossen sind. Unter anderem eben auch die Tarnfähigkeit. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hätte diese Variante des Kanotaurus unfassbar gerne in den Filmen gesehen und wer weiß. Vielleicht bekommen wir jetzt ja in den kommenden Jurassic Filmen, in den kommenden Jurassic Projekten tatsächlich mal diese Variante des Kanotaurus zu Gesicht. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch darüber freuen. Natürlich bist jetzt wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu dieser Variante des Kanotaurus? Sagst du auch ähnlich wie ich, ja, das wäre auf jeden Fall eine sehr coole Sache gewesen, dieses Tier mal so in Aktion zu sehen? Oder denkst du dir, nee, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten und ich mochte diese ganze Indominus Rex kann sich Tarnsache schon von vornherein nicht? Lass mich deine Gedanken auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020